Es ist schon wieder 7 Uhr und ich bin schon wieder am Scheißen. Ich kann das alles nicht mehr. Fuck me. Halb 1 am Samstag in der Früh und ich hole jetzt die Frau. Oh, ist das geil. Weihnachtsfeier wird leider nichts, weil ich am Kränkeln bin und noch ein Kollege. Grüße geht raus, ne? Prost, oder? Ne, ne, wo kommt es her? Ne? Ne, was ist das? Was ist das? Es geht zwar jetzt auf eine andere Weihnachtsfeier, aber ist doch auch schön. Jetzt gut trainieren und dann ein bisschen zocken. So mag ich meinen Samstag. Chili Camilli. Es gibt guten Content, aber Content ist wieder was anderes. Weird. Erinnerungsreferenz, ich bin's dem Ecki. Ich bin's, der Rast im Ecki. Hier, we fucking go. Ich sag, Schritten fahren ist wie reiten. Man kann das mit einer Hand. Kann man. Wenn man's kann. Sind wir live? Ja, sind wir. Bergerunter ist immer so viel schöner wie hoch. Bibi. Hui. Mir friert die Fresse ein. Mir friert die Fresse ein. Mir friert, mir friert. Mir friert die Fresse ein. Oh ne, wir haben Verluste. Bremsum. Der Meister erhebt sich. Shit, ich hab das selbe Problem wie beim Auto. Die Kamera ist gefroren. Ich kann damit jetzt nix anfangen. Irgendwo. Wo geht die Kurve hin? Nach rechts. Auf rechts. Oh, es geht zum Berg. Oh. Das ist mehr Muskeltraining. Mehr Muskeltraining. Was, Bruder? Für Biss. Das Ding wird jetzt einfach als Antrieb verwendet. Oh, wir fahren runter. Dieses verfickte Eis. Ich hab ein Problem. Wie bremst man, wenn man mit Gesicht vorausfährt? Mit dem Gesicht. Scheiße. Ich kann nicht bremsen. Da ist leider Eis. Au, 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 au. Au, 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 au. Oh mein Gott. Bauchflecken. Kommt voraus. Geh schwindig, geil. Hier komm ich. Und jetzt noch ein paar Kinder überfahren. Für das volle Feeling und die volle Punktzahl. Ich kann das keine Bonuspunkte bringen. Aber die Füße müssen doch reichen als Lenker. Oder bin ich dumm? Die Zehenspitzen runter. Und anziehen. Oh, der nimmt's wieder auf. Ja, es war schön. Es war kalt. Sonnenuntergang hatten wir auch beim Unterfahren mit dem Schlitten. War schön. Gerne wieder. Ist doch Content. Content. Wir hatten Content. Wegen der Frau.